Hinten anstellen Guten Morgen zusammen Es ist gerade nochmal 9.35 Uhr Heute habe ich eine Tour mit ADFC von Memmingen Und ich warte gerade nochmal auf die Kollegen Heute wird das Video komplett auf Deutsch sein So, wir haben die Räder eingepackt Ich fahre hier mit Johannes mit Sag Hallo Johannes Servus Und wir fahren jetzt nach Bad Grünbach Und dann starten wir dort unsere Tour Also bis gleich Und jetzt fahren wir Auch nicht jede schlimme Stufe oder so Das müsst ihr immer selber entscheiden Dann müsst ihr nicht an jeder Kurve stehen bleiben Und ich erzähle euch den Trail Sondern wir fahren es einfach Gucken, Abstand halten Ja generell Jetzt kommt ein Trail Also so in der Geschwindigkeit einsortiert Wie ihr denkt, dass ihr runterfahrt Und es ist aber bloß jetzt ein Schritt Hier wird es dann gehen Jetzt geht es in irgendeine Richtung zu meinem anderen Teil anscheinend Auch ein guter Helm Auch ein guter Helm Hast du den Bell 3R, oder? Ja, ich habe den 2R Ah, 2R, ja Ok Der 3R gibt es ja nochmal mit Kingbügel Ja, hat er auch Ja, ich habe ihn einfach zum Vorfeld Ok Ja, zack Der mit Fertbike Warte Nee, diesen bin ich noch nicht gefahren Der ist schön fläuig Oh, da gibt es einen Gap Oh Oh Fuck 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 Träckig wie die Scheiße Oh 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 Hinten anstellen Hinten anstellen Wow Auto kommt So Andernanda Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und geht es weiter, so gleich kommt der nächste Trail. Etwas steil aber gut, da ist etwas zu dunkel. Dann felschteine, ah ok, jetzt schon. Ich hab dich eingeholt noch. Ich hab dich eingeholt noch. Ach so, da geht es weiter. Fuck. Ja, mach ich. Schau mal, hier so, brrrrm. Bist du oben gefahren nachher, wo wir wieder aufgestiegen sind, oder? Oh, da ist unser Trail, hier ist ganz schön dunklig. Ganz schön rutschig, fuck. Ja, mach ich. 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 Ja, mach ich.